Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Silvia Reis, ich bin Betreiberin eines kleinen Hundesalons in Köln und möchte euch in den folgenden Videos den Beruf als Hundesalonbetreiber oder Hundefriseur bzw. auch Groma genannt näher darbieten. Der Beruf erfordert einiges anhandlichem Geschick, der Umgang mit Tieren ist selbstverständlich ganz wesentlich, aber auch was definitiv einen ganz großen Teil dazu beiträgt, ist einfach eine basierte, fundamentale Ausbildung. Ich habe das Glück, dass ich durch regelmäßige Fortbildungen auf ein Fachwissen zurückgreifen kann, was auf nationaler und internationaler Ebene basiert. Heute präsentiere ich euch einen Trimmhund, das ist Murphy, ein Irish Terrier, noch ein sehr junger Hund. Er ist bisher einmal hier gewesen und wird fachmännisch von Hand abgetrimmt. Auf die eine Seite seht ihr, ist noch nicht getrimmt. Es ist ein ganz schönes drahtiges Fell und was jetzt auch reif ist, abgetrimmt zu werden. Murphy? Ja, such a good boy! So, wir haben aber schon mal angefangen und auf der Seite, so sieht es dann aus, wenn das Tier abgetrimmt ist. Ja, man sieht da einen ganz klaren Unterschied und ich habe das hier auch nochmal aufgerichtet und das, was jetzt aufgerichtet ist, das wird alles noch abgetrimmt. Ja, und wie gesagt, das wird alles von Hand gemacht und ja, gut. So, zweieinhalb Stunden sind vorbei und Murphy ist fertig abgetrimmt und das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Murphy, schau mal. Murphy? Murphy? Genau, also so sieht ein fertig abgetrimmter Irish Terrier aus. Komplett von Kopf, von Rute bis zum Kopf, bis zu den Füßen komplett von Hand abgetrimmt. Hier unten seht ihr das tote Fell, was heute abgetrimmt worden ist und ich möchte auf jeden Fall auch nochmal ganz ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieser Vorgang, dieser Trimmvorgang nicht zum Nachahmen gedacht ist, wenn man nicht die fachliche Kompetenz besitzt. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Gut, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und bei Steemit über ein Upvote freuen und dann würde ich einfach jetzt mal Tschüss, Bye, Bye und auf Wiedersehen sagen, bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dann, ciao, ciao.